Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über LionRangers. Neuer Tag, neue Conny, let's go. Dankeschön. 5 Tickets, perfekt. Close, 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 close. Wir haben sehr viele Geschenke bekommen. Wie viel? Einfach Tickets. Conny, Geld. 8 Sterne Ultra Neon. Nochmal Tickets. Was auch immer das ist und nochmal 10 Tickets. 15, 25. Oha, wir haben richtig viele Tickets bekommen. Okay. Wir öffnen jetzt einfach alles einzeln. 5 Sterne Ultra Material. Ah sowas. Oha, 5 Sterne. Boah. Ich habe mich, nein das so. Das ist. Verschwemme mich nicht. 2 Sterne. Einfach durchklicken. Bam 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 bam. Perfekt. Nochmal 2 Sterne. Ist das gleiche? Hoffe nicht. Nein, perfekt. Ich hätte gern das der Avenger Rune. Ja, perfekt. 3 Stück. Ich habe 3 glaube ich auch gebraucht für irgendeine Update. Oh, geil. Material Box. Perfekt. Nein, danke. Wir gehen zwar zu da hin. Noch eine bekommen. Okay. 1 Level 10. Also was auch immer davor. Gift Box. Level 8 Leonard. Und Level 8 Ultra Leonard. Okay. Gotcha gehen. Schnell alles öffnen. Damit das fertig ist. Ja. Okay. Dauert ein bisschen. Aber ich sage, wir haben 360 Tickets. Einfach mal Event Tickets. 32. Wir können dreimal würfeln. Let's go. Was bekommen wir? Komm. Die Musik. Oh nein. Teng 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 teng. Okay. Sieht cool aus. Oh, das sieht richtig geil aus. Super Fisch. Nein, interessiert mich nicht. Nein. Nein, die fehlen auf Nitzel. Das finde ich am meisten. Von dir. Ja. Von außen auch. Once more. Let's go. Können wir skippen. Oh. Vielleicht nicht. Sorry, vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Nein. Oh. Die sieht interessant aus. Let's go. Von dir habe ich eine. Von dir habe ich eine. Kann ich direkt zusammenfügen. Der finde ich richtig geil. Nochmal. 12 Stück habe ich noch. Oh mein. Ich muss ihn reinnehmen. Der sieht so geil aus. Oh ja. Der sieht auch geil aus. Ah, der Typ. Der kenne ich. Der sieht nicht geil und der finde ich geil. Boah. Das waren gute Würfel. Würfel. So. Was ist das? Nächstes Nächstes. Ja. Muss ja sein. Bis wann? Bis dritte. Bis 30. Dritte. Ich glaube ich nutze mein Tippes für nächstes Event. Ja. Ich sehe glaube ich in 10 Tagen. Ja. Äh. Lab. Das ist nichts passiert. Es gab eigentlich nichts neues. Ja. Oh ich glaube für immer wird das gebraucht. Für Ultra Wolf oder? Ja hier. Wie wird der? Boah sieht der dann geil aus. Perfekt. Okay wir wollen. Heute wird viel. Main Stage machen. Und die sind wichtig für Quests. Ja. Hey. Ich habe mein Ding richtig verstärkt. 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 Vampir. I wanted it. Es ist einfach alles. Und mein schlechter Damage Typ ist der da. Mexico? Wie heisst er? Ben? Heisst der Ben? Das was mich an ihm stört ist dass er oft verfehlt. Ja. Dankeschön. Danke mit Zuschlag. Beschweige mich nicht. Let's go weiter. Sollte mal Dings zusammen verbinden. Kann ich ihn schicken? Äh. Mein Mexikan. Ben. Wie heisst der? Nenn ich mal Ben. Sie brauchen besser wie ihr seht. Zwei Sterne. Nicht mal einer. Sie ist wirklich. Tanky geworden. Respekt. Aber mein Tank ist. Also der was am meisten. Aushalten kann. Ist mein Papier. Erstaunlicherweise. Obwohl er ein Fernkämpfer ist. Hat mich gewundert. Aber der Typ der ist richtig stark. Finde ich. In der Zeit letztes Mal. Nicht so speziell. Fernkämpfer Ben. Also sorry aber. Fernkämpfer Ben? So he? Ich finde Ben ist einfach für Nachkampf gedacht. Frau. Wenn er in der Form ist. In der Stilform. Also ja. Ja. Dankeschön. Ich gehe das mal nach. Mein Team. Ist ein Team verändert. Der Braum will ich reinnehmen. Der da. Der ist. Der gibt Schild und er hat da. Er ist einfach der Verbesserte. Ja. Let's go. Ist er kein Tank? Der ist ein Tank. Ja. Perfekt. Wer hat verstanden. Anstatt 3. Die Musik völlig. Ok. James. Könnte ich reinnehmen. Aber finde ich irgendwie nicht. Mary finde ich auch nicht. Also von dem aus. Lass ich es mal. Ich nehme aber die rein. Der da. Edward. Anstatt. Der da. Der ist so komisch. So finde ich irgendwie nicht. Edward. My boy. Der. Wir rein. Bam. Bam. Der da. Let's go. Und. Boah. Eine Million leben. Beschwerde ich mich nicht. Ah ja. So. Lernen weg. Steam. A werfen. Mainstage gehen. Safe. Perfekt. Wir haben jetzt ein neuer. Brown. Let's go. Level 29. Weiter geht's. Okay. Schicken wir mal direkt Brown los. Los. Ich hoffe nutzt er seine Fähigkeit. Er ist. Endlich. Endlich. Oh nein. Er ist doch nicht. Ich dachte er ist ein Dingstar. Flachendamage Typ. Mach das nochmal. Gibt ihm wohl Philipp. Und er heilt es. Er hat 1,3 Leben glaube ich. 1,3 Millionen leben so. Mach eine schick. Schut. 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 Perfekt. Ich fühle ihn schon nicht. Ehrlich. Er ist so cool. 3 Sterne. Perfekt. Perfekt. Nachlevel. Oh. Leilung. Lang. Leilung. Schut. Mal meinen Dings raufauen. Edward. Schut. Schut. Ich wollte ihn dass du auch mal raufgehst. Und er ist ein Fähigkeiten. Macht viel Damage. Aber er setzt viel zu sehr. Nein. Viel zu sehr. Wirklich. Die Runde darf ein bisschen zu lang finde. Ich kann ein bisschen schneller gehen. Danke schön. Edward. Edward. Wo bist du? Danke schön. Oh. Ein von dem. Ein von dem. Komplette Fernkämpfer. Also er ist ganz hinten. Wie ich es gerade gesehen habe. Oh. 5 Tickets. Wieder. Äh. Now there is about as much chance to go pink for an alien army. Okay. Was. Brown. Some friends have turned up cool. Aha. Ja. Ja. Das. Das muss wir nicht uns anhören. Wir können jetzt Freunden. Also Hilfe von Freunden holen. So weiss ich will. Ist du da? Ja hier seht ihr. Kann die auswählen. Kann er mit der auswählen. Und dann starten. Muss jetzt wirklich die level noch. Den level noch mal. Ja man. Ja ich weiss wie das funktioniert. Dankeschön. Danke dass ich unnötiger meine Zeit verschwenden habe. Danke. So nötig ich schlöse. Nein muss ich wirklich. Ich hasse das Spiel. Wirklich. Wieso. Okay. Dann werde ich das jetzt halt so spielen. Skip. 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 Komm. Töte dich schnell runter. Komm schon schneller. 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 Nee. Könnt ihr schneller die umbringen. Ich will den Level nämlich nächst nochmal machen. Dankeschön. Wow. Voll unnötig. Zwei Minuten einfach verschwenden. Next Level. 31. Ich kann den nehmen. Aber nein braucht es nicht. Äh nicht. Für was. Ich könnte vom Geld ein paar Leute nehmen. Okay. Das tut. Äh. Äh. Bahn. Ich möchte ja so wenig damage. Okay der kritzt nicht. Von der was. Die drei sollten eigentlich das ganze Feld clearn. Ja. Oder auch. Oder auch Conny allein weil. Sie so schnell ist. Ich krieg so viel Puzzleteile. Und das schwärme ich nicht. Verpasst auch. Gilder. Ja. Aus irgendeinem Grund ist mein Spiel abgestürzt. Ich hab's neu gestartet. Ich hab nochmal eine Conny bekommen. Plus. Fünf Tickets. Hä. Was hast du wirklich nochmal bekommen? Ah nein. Okay. Gut. Dann mach einfach nochmal weiter. Ja. Ich darf anschein nicht. Freunden nehmen. Oder Hilfe holen. Weil sonst. Stützt mein App. Stützt einfach ab. Dann mach ich's halt nicht. Damit's nicht abstützt. Okay. Verschwere ich mich nicht. Wieso auch. Kommt. Töte alles. Danke. Die Vielfalt heilt die Glocken. Und es gibt glaub ich so ne Verteidigungsbarriere. Kommt. Töte dich doch ein. Es dauert schon ein bisschen länger. Es kommt viel mehr Gegner finde ich. Ja. Und was bekommen wir diesmal. Puzzle. Perfekt. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Perfekt. Schickme den. Plus Conny. Speed up. Nochmal Speedup. Bis auch immer. Der gibt sich selbst. Schutz. Kann ma wachen. Perfekt. der roten gehen viel schneller das finde ich gut ich bin ein fan davon dass die roten schnell gehen let's go wir haben es wir haben die truhe geöffnet perfekt was macht das 3-3 sterne increase max lighting limit das finde ich gut im ernst finde ich richtig gut nein danke aber ich kann einmal verbessern nochmal main stage jetzt wo wir da sind spielen wir doch alles durch noch drei level das schaffen wir doch komm komm drücken wir einfach rein in folge schaffen wir locker in die folge so jetzt noch mal brown chaos durch brown brown marboy glaube an dich ja ok jetzt auch noch mal mit heil und ich aber wir haben verstanden wow der ist ja richtig schnell so muss es sein jungs so und nicht an öff perfekt perfekt nur eine runde danach kommt kommt danach bloß na ich glaube nicht wow können wir sind noch viel zu schnell muss man einfach sagen oh james die haben wir ja da können wir dings bekommen ein zwei sterne ein fünf sechs sieben ständige leonard super leonard so es heißt sag mal so es heißt super leonard ich habe leonard fertig holte doch einfach oder auch so es war schon nicht der boss ich weiß nicht welcher von dieser boss ist ist es nicht der boss runde ich will nicht sagen das war der boss runde das war der boss runde wo war der boss ok rainbow waterfall ha 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 i dare you to come save sally you will root the day you face me ha 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 so ok 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 sag mal nichts ich sag nicht oh jetzt sehe ich es jetzt komplett nicht hört ich dachte das verbessern der rutsche helfe so voll oh der macht viel zu wenig damage oh mein gott wenig damage macht der bitteschön dankeschön so muss es sein so und nicht anders coni verliebtiger sie ist die beste perfekt jetzt haben wir eigentlich ganz glammel gemacht gehen wir zu hause hause quest geschafft perfekt drei level machen erstmal dann haben wir das geschafft da muss wir noch ein paar sachen hier machen ja dann haben wir ja schon wir haben hier zwei sachen geschafft perfekt create five avenger walls create oh training standard komplett perfekt es wird die wow 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 es gibt das materialien wenn wir die trainieren ja ok was können wir noch machen in die folge die zwei sachen öffnen komm drei sterne materialien perfekt 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 bam 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 durchklippen nochmal drei sterne sachen materialien ah das sind so crystals ok nichts spannendes hätte ich gesagt gut sonst sind wir einfach durch in die folge gibt nicht vieles was wir noch machen können können auch in mein team schauen gibt es da was neues zwei neue jessicas von wo kommen die ok können jessicas kombinieren erstmal wow wow wir haben sehr viele drei sterne voll los wir haben bei connie stimmt jessica level up und dann 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 komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon wo ist sie da jessica jessica so perfekt kombinieren ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen 2 jessica ich könnte sogar noch 3 dritte mal verbessern mach ich mal nicht so level up rausgehen connie verbessern connie level up äh wuss connie 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 komm wettel einfach leid das level aufstieg nein aufstieg leuunart da connie wie auch immer die hau leuunart gekommen ja so sagst du erne so die wird immer stärker was hat mich voll vergessen die muss auch noch reintun ich kann die zwei noch reintun irgendjemand geben ich würde es gern ich würde es gern geben boah der gefällt mir aber nicht der macht viel zu wenig damage boah das habe ich vorhin gar nicht gesehen ich muss die folge beenden ich muss die folge beenden danke fürs zuschauen lass ein like und abo da und ciao ciao cool